Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute fahren wir wieder in die Stadt und mal gucken, was heute zu machen. Keine Ahnung, ich muss unbedingt morgen zum Friseur und gucken, ob sich einrichten lässt. Und ja, jetzt fahren wir erstmal zum Alex. So, wir waren jetzt das gleiche Essen. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen durch die Stadt, um ein paar Zehn oder eine kleine Timeless aufzunehmen, aber da muss ich mal gucken, was ich mache. Jedenfalls, morgen habe ich geplant, dass ich mal zum Friseur gehe, weil die Haare müssen wir wieder runter. Und ja, mal gucken. Hier zum Beispiel würde ich auch noch hingehen, die Tage, da muss ich mir jetzt die Öffnungszeiten notieren, aber das muss ich mir jetzt mal machen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.